Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, nee, wir üben nur. Wir machen dafür Drehaufnahmen, das Rote Kreuz was. Nein, alles gut. Ja, nein, alles gut. Alles gut. Thomas? Du musst den Arm bleiben, bleibst weiter nach oben. Der drückte... Ja, ich weiß, das ist bei mir immer so super. Wir halten da oben einfach den Bauer. Oder wir legen den so nach oben. Ja, damit der nicht wieder so ist. Weil der Scheiße ist die letzte ZDF gemacht. Was machen wir denn? Ich mach mal nicht auf, gleich. Ich hab hier doch das gemacht. Ja, aber das sieht man doch. Das siehst du hundertprozentig. Oh nein. Nur eine da? Nein. Scheiße. Hast du eine dabei? Ich habe Warnwesten, Verbände, Scheren, Pflaster. Habt ihr noch alles, was ihr braucht? Nee, haben wir leider nicht. Der gute Erd kam leider etwas zu früh. Aber das ist ja eigentlich eine gute Geschichte. Eigentlich schon, ja, das ist sehr aufmerksam auf jeden Fall. Das einzige Problem, was ist jetzt, ist die Rettungsdecke ausgepackt, ne? Gut, die ist ausgepackt. Der macht einfach an der Stelle weiter. Du nimmst die einfach wieder so in der Hand. Doch, doch, wir können da zusammenstecken. Also wieder über den Patienten rüberlegen, wie eben? Ja. Mag ich das dann über Ihnen? Ist er nicht so wieder auf der Seitenlage? Ja. Ja, ja, wir müssen hier auch noch ein bisschen. Ah! Ach! 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 Ach!